Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video bei unser Sammler-Team. Es ist bereits Tradition, dass es zu jeder Nahtuns-Serie im Ü-Ei auch eine passende Maxi-Ei-Serie gibt. Leider habe ich die original verpackten Maxi-Eier dieses Jahr nicht bei mir bekommen, aber ich zeige euch dafür den Komplettsatz, der aus fünf verschiedenen Nahtuns besteht. Und an dieser Stelle geht ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an den lieben Zuschauer Gerhard, der hier unseren Kanal so toll verfolgt. Vielen, vielen Dank. Heute also bei uns die ganz neue Maxi-Ei-Serie der Nahtuns, fünf verschiedene Tiere. In dieser Woche hat sich so einiges bei uns getan. Wer nämlich gerne mal erleben möchte, wie es so ist, ein Ü-Ei-Geschäft zu haben, der sollte im Jubiläumspodcast Nummer 15 reinhören. Dort mit einem Interview mit einem ganz, ganz großen Ü-Ei-Händler aus Deutschland. Sehr spannend, natürlich hier bei YouTube unter Podcast. Wir bauen jetzt alle fünf neuen Nahtuns-Tiere 2023 zusammen. Dabei ganz viel Spaß beim neuen Komplettsatz. Das war's für heute, wie es so ist, Musik 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 Das war es also wieder. Das waren die 5 Maxi-Eier der Natuns 2023. Für mich wieder richtig schöne Figuren und natürlich die beliebten Natuns hier in groß. Also wirklich absolut sammelwürdig die neuen Maxi-Eier. Habt ihr denn die Maxi-Eier der Natuns schon entdeckt? Und welche Figur ist eigentlich euer Lieblingstier? Schreibt es gerne in die Kommentare, lasst gerne einen Daumen nach oben und natürlich auch gerne ein Abo da. Empfehlt unseren Kanal gerne weiter. Wir freuen uns auf euch. Noch mehr UI gibt es natürlich auf www.unser-sammler-team.de und besucht natürlich auch das große UI-Forum unter forum.unser-sammler-team.de Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe, einen schönen Restsonntag. Natürlich einen genialen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns ganz bald hier wieder bei unser Sammler-Team. Bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe, euer Stefan von Unser Sammler-Team. Macht's gut, ihr Lieben und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.